Die Dildo-Zeiten sind vorbei. Die Dildo-Zeiten sind vorbei. Wir haben da alle gelacht. Weißt du was, Manu? Na was? Weißt du was? Fick dich einfach. Wir sind jetzt nicht mal auf dem Server. Ne. Super. Die Map lädt einfach nicht. Das lädt und lädt und lädt und lädt und lädt und nichts kommt. Ich bin schon, dass Yoshi jetzt gerade bei 90% beim Download sind. Ne, der war schon fertig. Ich sehe Wolken, sagen wir es mal so. Hä? Leute, was ist das für eine Map? Hör hin! Jetzt kann ich wieder. Ich sehe den Himmel. Hier ist eine weiße Fläche. Hier? Du bist im Editor-Modus. Ah. Ich muss ein bisschen warten, das wechselt gleich. Oh, in der Mitte steht so ein Würfel, ey. Ja, genau. Ich denke so gut. Bin ich im Himmel? Bin ich im Himmel? Ja. Auch gut. Agatha! Der liegt gerade so gerade. Ja, du bist gefickt, würde ich mal sagen. Lauf, Nils! Sie sind direkt hinter dir! Ich komme! Will ich hoffen! Aua! Nein! Nein! Oh lol, das ist hier ein Gegner. WTF? Oh lol, das ist hier ein Gegner. WTF? Oh lol, das ist hier ein Gegner. Und hau dem vorbei, schlag meinen Kopf ab! Da fuk! Sag mal! Boah, ey! Sag mal! Ich bin fast tot, du Mongo! Ich hab dir extra nur in den Po geschossen. Alter, ich hasse es, dieser verfickte Lord of War, ey! Ich bann den! Oh, du, du, du! Du böses, du böseling, du böseling, du böseling, du böseling! Doch, doch, ich hab mal geschaut! Die Yoshi ist einfach so... Ah, das ist kein Yoshi! Ach, Yoshi steht noch dahinten rum! Hinter dir steht einer und zielt auf dich, das ist dir klar! Ja, töte mich erstmal beinahe! Nicht nur beinahe! What? Ich hab doch geblockt! Oh, Nils, du Spacko! Fick dich! Alter, dann schießt er mir direkt den Kopf, dieser Mongo! Ja, weißt du, ob er was für eine Entfernung... Geh dich vergraben, ey! Alter, schön wie dieser Scheiß-Lord of War! Ich wurde zum dritten Mal hintereinander von ihm gedrückt! Ups! Ups! Ey, warte, der Typ, der Typ war drei Meter weg! Ups! Egal, ich schlag auf alles, was sich bewegt! Nils, hör auf damit! Moment! Bam! Bam! Jetzt noch Nils! Ach, schade! Ach, Mann! Ich wollte dich... Mano! Ups! Sorry, Nils! Mano! Ich bin hinter dir! Jetzt nicht mehr! Du gehst vor! Du gehst vor! Du gehst vor! Du gehst vor! Ja! 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 Jetzt dreht sich alle gegenseitig hier! Jetzt ist mein Freund gelöst! Stirb, du Bastard! Heint gut! bin dabei sehr gut ja ich finde die Map ist ehrlich gesagt richtig scheiße was sollte das denn die ich drehe den Bogenschützen der läuft erstmal hin und schlägt ihn in den Kopf ab los wir killen die Nils verliere dich den Kopf Nils ich bin gerade stecken und geil die haben gerade so einen Aufstand verursacht oh sorry Nils du rennst mir aber auch immer rein ey klar 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 WTF wo ist die Leiche in den Regen geflogen holy shit oh man Nils ich seh ich seh ich seh es und tot du läufst direkt in meinen Schlag rein ne zum dritten Mal heute Gott Alter ich hab drei Pfeile im Schild zwei von Gegnern einen vom Teammate im Jolo Modus ja 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 lol wie er ihn einfach mit dem Hammer komplett weggehauen hat und jetzt brennt ja was für ein Mongo was für ein Mongo